Wallstreetbets, die einen lieben es, die einen hassen es und in diesem Video werde ich euch die krassesten bzw. die profitabelsten und auch die unprofitabelsten Trades aus dem Februar zusammentragen und euch zeigen, welche krassen Summen hier gewonnen wurden und auch verloren wurden. Und wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Like auf diesem Kanal bzw. ein Like auf diesem Video und ein Abo auf diesem Kanal da, damit ihr es nicht mehr verpasst. Ich will, wenn das gut ankommt, das jetzt monatlich machen. Deswegen die krassesten Trades aus dem Februar von Wallstreetbets und wir starten mit dem ersten Trade. Der erste Kandidat ist Vote Eugene und für alle, die es nicht wissen, bei Wallstreetbets ist eine Sache, die heißt YOLO und da wird es seine ganzen Lifesavings in eine Aktie bzw. in eine Wette rein und entweder, sagt man so in dem ganzen Forum, Lambo oder halt gar nichts. Und das ist so eine typisch gängige Praxis, die dazu führt, dass viele sehr viel Geld gewinnen, aber viele auch extrem viele Verluste erleiden. Deswegen macht das logischerweise nicht zu Hause nach. Wir schauen uns hier einfach nur die verrücktesten Trades zusammen an. Und Vote Eugene ist einer der verrückten Leute, die aber auch, muss man sagen, ziemlich viel Glück gehabt haben. Er hat es geschafft, in einem Monat aus 20.000 Dollar 315.000 Dollar zu machen. Und das, indem er erst mal auf ARM gesetzt hat. Der Aktienkurs ist ja auch ziemlich in die Höhe geschnellt. Dann hat er auf Coinbase gesetzt und dann Nvidia Calls gekauft und dann alles in Dell investiert. Und hier sehen wir mal den Chart, wie sich das Ganze entwickelt hat auf Wochensicht und hier auf 6-Monats-Sicht. Und hier sieht man es, in diesem einen Monat hat er 298.000 Dollar dazu gewonnen in seinem Account an Wertigkeit und ist jetzt bei 317.000 Dollar. Er persönlich sagt, dass ihr das Geld ihn nicht irgendwie, ja, seinen Lebensstandard nicht verändert und er weiter komplett alles auf eine Kase setzen will. Beziehungsweise ganz riskante Wetten machen will, bis er ein 7-Figure-Account hat, also in den Millionenbereich kommt. Dann wird er das rausziehen und in einen, ja, wahrscheinlich eher sicheren Aktienfonds, beziehungsweise in sichere Indizes packen. Aber auf jeden Fall krasse Geschichte und auf jeden Fall ein verdienter erster Platz in diesem Ranking hier. Der nächste Platz geht an Tipster und er hat auch eine ganz verrückte Idee gehabt. Er hat erstmal sein ganzes Geld in S&P 500 Calls gepackt und anschließend hat er dann sein ganzes Geld umgeschichtet in Dell Calls, die am 19.14. expiren und hat damit eine beträchtliche Summe von 300.000 Dollar erwirtschaftet. Und das bei einem Startwert, wie ihr seht es, von 3.000 Dollar. Heißt, er hat einen enormen prozentualen Gewinn gemacht, 100x gemacht und damit wirklich auch, ja, sich wirklich den Platz verdient in dieser Liste. Er hat hier jetzt einen Accountwert von über 300.000 Dollar und das Ganze aus 3.000 Dollar, das ist wirklich eine, ja, eine Return on Invest, wovon man nur träumen könnte. Und ich denke, vor allem durch diesen niedrigen Einsatz, dass wir da ziemlich, ziemlich gut relaten zu können, weil 3.000 Dollar hat, denke ich, jeder irgendwie zur Hand. Und man denkt sich, ja, das hätte ich sein können, aber ist man nicht. Auf jeden Fall krass und verdienter Platz in dieser Liste. Aber nicht jeder hat so viel Erfolg und laut Pineapple ist einer davon. Laut Pineapple hat wirklich Sagen und Schreiben 87.000 Dollar verloren in seinem Account. Und das hat er wirklich hervorragend geschafft mit dem Klassischen. Wenn ich die Aktien gekauft habe, beziehungsweise Call-Option gekauft habe, ist der Markt gedroppt. Und wenn ich Put-Option gekauft habe, ist der Markt gestiegen. Heißt, Klassisches, ja, kennt wahrscheinlich jeder von uns, wenn man eine Aktie kauft, dann geht sie erstmal direkt down, obwohl sie die ganze Zeit nach oben gelaufen ist oder seitwärts gelaufen ist. Man hatte immer das Gefühl, dass hier der Markt manipuliert wird. Und ja, was soll ich sagen, ihm ging es genau so. Er hat jetzt 87.000 Euro verloren und fragt jetzt, was er mit den restlichen 2.500 Euro kaufen kann, beziehungsweise rein YOLO kann, um wieder auf seinen Ursprungswert zu kommen. Also, man muss sagen, wirklich ein klassischer Wall Street Bets User. Er denkt immer noch, dass er sich hier den Karren aus dem Dreck holen kann, aber sei der eins gesagt, das ist vorbei. Muss man leider so hoch, beziehungsweise so hart sagen. Also, die Chance, dass er wieder hochkommt, ist sehr gering, außer er hat auch für einmal irgendeinen Ass im Ärmel oder eine Genie-Zauberlampe, womit er sich Geld herzaubern kann. Aber, das ist auf jeden Fall erstmal Geschichte. Tut mir auf jeden Fall sehr leid für ihn, aber es kann bei Wall Street Bets und es verlieren auch viele bei Wall Street Bets und es ist nicht nur immer ein großes Gewinn. Eher im Gegenteil, die Gewinne sind eigentlich eher die Ausnahme bei Wall Street Bets. Lasst es euch gesagt sein. Wir nähern uns dem Ende und am Ende wartet für mich der krasseste Trade überhaupt. Deswegen seid gespannt, aber auf Platz 2 ist für mich Torture Seed Acquisition. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich eher nicht. Und er hat prozentual extrem viel gewonnen. Wir sind hier bei der Monatssicht von 1200%. Er hat ein Plus von 250.000 Dollar ungefähr. Das ist ein Ticken weniger als der andere, aber lasst mich erklären, warum ich sehe, dass das auf Platz 2 ist. Und ich denke mal, die Leute, die hier aktiv sind im Forum, werden ihn auf jeden Fall gesehen haben. Er hat fast 32.000 Upvotes. Ich kann hier nicht gerade abwoten, weil ich nicht angemeldet bin. Aber er hat sein ganzes Geld gemacht und ist jetzt so weit, dass er sagt, ich habe jetzt Option Trading für immer abgestellt. Heißt, er kann jetzt nicht mehr mit Hochrisikoprodukten sein Geld verlieren. Er kann zwar immer noch verlieren, aber er sagt, er bringt jetzt die Schäfchen in die trockenen Tücher und hat jetzt eine lebensverändernde Menge an Geld gewonnen, die er nicht wieder verspielen will. Er schreibt hier, dass er oft seinen Account komplett in die Miesen gerannt hat mit 0DDs. Ich kann es nicht aussprechen, aber es sind auf jeden Fall Optionsscheine, die am selben Tag noch ablaufen. Aber wenn die dann in den Money kommen, einen extremen Return on Invest bieten, heißt es ist extrem risikoreich. Ich würde mal sagen, in 99,9% der Fälle verlierst du komplett dein Geld und in diesen 0,1% gewinnst du extrem viel Geld. Und damit hat er sehr oft seinen Account in die Miesen gebracht und jetzt hat er es geschafft mit Metacalls. Wie es nicht wissen, Meta ist extrem gut gelaufen und er hat es geschafft mit Metacalls bei ihrem Earningsday extrem viel Gewinn zu machen und hat es damit geschafft auf 270.000 Dollar hoch und wird jetzt das Geld nehmen und sicher anlegen und damit sein Leben verändern. Deswegen für mich absolut verdienter Platz Nummer 2 und er hat alles richtig gemacht, indem er jetzt hier das Risiko rausnimmt und sich an dem Geld einfach erfreut. Bevor wir zu Platz 1 kommen, noch ein kurzer Einschub des Sponsors des Videos. Dieses Video ist gesponsert von XTB. Das ist der Broker meines Vertrauens und ihr könnt ja bis zu 100.000 Euro kommissionsfrei handeln, ab einer Mindestordergröße von 10 Euro. Auf euer nicht investiertes Kapital kriegt ihr bis zu 4,2% Zinsen. Zusätzlich hat dieser Broker extrem gute Auszeichnungen bekommen. Er wurde der CFD Broker des Jahres 2023 und hat hier noch weitere Preise gewonnen. Zusätzlich hat XTB jetzt auch Sparpläne auf den Weg gebracht. Heißt ihr könnt Trading und langfristig investieren mit Sparplänen in einer App bzw. einem Broker vereinen, was ich extrem gut finde. Für mich persönlich die beste Allround-Lösung, extrem günstige Konditionen, extrem viel Auswahl und vor allem alles in einer App bzw. einem Broker zu haben, finde ich unschlagbar. Wenn ihr auch euch ein Konto eröffnen wollt, dann drückt mal unten in der Videobeschreibung auf den Link, da kommt ihr zum Broker und dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem Video. Platz 1 ist Faustderion18 und er ist eine komplette Legende. So viel kann ich euch schon mal verraten. Faustderion hat nämlich innerhalb eines Jahres und hier seht ihr es, eine Performance von plus 18,211 Millionen US-Dollar und damit einen prozentualen Gain von 1000%. Das ist prozentual gesehen nicht der krasseste Gain von heute, aber mit absoluten Zahlen wirklich eine enorme Hausnummer, die hier gewonnen wurde. Er hat es geschafft, extrem, extrem viel Geld in einem Jahr zu gewinnen und das hat er geschafft mit Nvidia Calls, wie ihr hier seht, die extrem hoch im Plus sind. In einem Monat alleine 1,3 Millionen hier in Unrealis gewinnen. Die hat er jetzt aber vom Markt genommen. Hier seht ihr es, Marktvolumen bzw. Positionsgröße war 2 Millionen. Er hat es jetzt verkauft und tut jetzt alles in Dividenden-Stocks, die dann logischerweise ihm dann ein passives Einkommen nebenher bescheren und wird genau die ganze selbe Trading-Reise dann wieder mit 500.000 starten und probieren, sich wieder in die Millionen hochzutraden. Er hat schon geschrieben, dass er das schon öfters gemacht hat. Heißt, wir können davon ausgehen, dass er hier ein sehr, sehr reicher Mann ist und vor allem, wenn man überlegt, wenn du hier 18.000 bzw. nach Steuern vielleicht 15.000 US-Dollar in Dividenden-Aktien anlegst, die beispielsweise 5% Dividende zahlen im Jahr, dann musst du hier dir überhaupt keine Sorgen mehr machen über deinen Lebensstandard. Du kannst hier wirklich sehr, sehr finanziell frei leben und bist dazu auch noch sehr reich. Also absolute Legende. Er hat so viel Geld hier verdient und für mich absolut der Beeindruckendste von allen Trades bzw. allen Leuten, die ich heute euch vorgestellt habe. Wenn euch das Format gefällt, ihr in den nächsten Monaten wieder die verrücktesten Trades auf Wall Street Bats sehen wollt, dann lasst gerne hier ein Like da, schreibt in die Kommentare und abonniert auch gerne den Kanal. Und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, das unterstützt den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao! Ciao!